Oh, na super. Direkt los, ne? Sonny, gleich runter? Ja. Gehen wir hier direkt rein oder weiter vorlaufen? Weiter vor. Ne, fahren rein. Buddy macht immer die Kisten. Sicher. Wo du die Rote Halle machen willst, gemeint? Ich sehe nichts. Ja, die Rote Halle machen wir gemeinsam. Wo sind hier die Kisten, Toni? Keine Ahnung. Na, der am Auto beim Ausgang. Na, der war letzte Runde auch drin. Die Tür ist schon auf hier bei dem Auto. Ich gebe dir hier bei mir rein. Den Linksraum rumgegangen da, ne? Ja. Alle aufpassen oben rechts. Da, wo ich gehockt habe. Okay, pass auf. Am besten machen wir das so. Ich laufe jetzt erst mal gleich rüber. Und einer hältst du bereit. Guck den hier vor. Falls der Typ da oben einer hockt. Und der mich dann beschießt. Okay, okay. Okay, ich laufe. Ich laufe. Ich habe keinen gesehen. Okay, ich gehe dann jetzt außen weit hier da, ne? Ja. Außen die Mauer lang. Hier, der kommt bei dir zur anderen Seite. Guck dich rein. Ja, ja, ja. Nein. Nee, komm rüber. Dick, der ist bei dir. Ja. Ja. Hab ihn. Schönes Ding. War das ein Scaf oder was war das? Kann ein Scaf gewesen sein. Ja, war ein Scaf. Ich prüfe das. Ist ein Scaf. Ah, die brauche ich, die Säger. Und... Ding ist nämlich einfach mit. Der hat nichts noch. Einen kleinen Rucksack, falls er in einer will. Aber einfach mal eben. Ja, das ist ein ganz kleiner Rucksack. War gemein. Ich gucke weiter zur Halle. Ich gucke in deine Richtung, Toni, ne? Mhm. Falls da einer rumläuft. Links neben mir. Ja. Links. Ja. Scheiße. Ja, ja, ja. Dick, sie ist... Der ist auf der anderen Seite, ne? Mann, Scaf. Hast du dich schon? Nee. Ich höre noch einen. Ich geh wieder zurück. Durch meinen Durchgang, ne? Und komme von der anderen Seite. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab zurückgedrückt, ne? Wie viel hat der denn... Ja, vor allem, ich hab den Übelst gedrückt. Ja, keinem, falls da einer will. Oh, das ist gut, wie du warst. Oh, 10.000 Übel. Dort, die gibst du nicht. Wer ist hier in der Halle dran? In der kleinen. Ich, 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 ich. Dann geh ich zurück zu den anderen. Zu der roten Halle. Oh, das war echt. Der war echt, ne? Ja. Ich hab ihn zu viel gedrückt. Ja, muss. Ja, gut. Hat der Acker willst du dich nehmen? Nö, nö. Kannst du mitnehmen. Ich hab eine Schrotdiebe mit rausnehmen muss. Ich komm rein, Toni, in die Halle. Okay, ich bin da links. Bin drinne. Ich geh hoch. Ja. Oben ist zu. Ich hab die Fassschlüsse eingepackt. Aha. Überall den Fass. Warst du schon in der blauen Hütte, Toni? War er, ja. Geh ich mal runter? Guck mal. Ja, ich geh hinten durch. Da ist noch ne Kiste, ja. Mhm. Aber wenn du willst, kannst du das ja drinnen haben. Ich guck mal, was da ist. Und dann sagst du... Oh, die ist cool. Ne Bommelmütze und ne AKS 74U, wenn du die haben willst. Ja, die reicht. Aber dann nimmst du die Bommelmütze aus. Sonst geb ich dir nen Headshot. Die ziehst du jetzt auf. Das ist meine Lieblingsmütze. Genauso schlecht wie ne Pickelhaube früher, Alter. Da sind sie dich doch. Martin, du bist froh? Das Gute an den Waffen ist... Vor der roten Halle, ne? Ja, Toni? Ähm, dass die unbenutzten. Die sind immer vollständig. Ah, okay. So, wo seid ihr jetzt? In der Halle. In der Halle. So, ich geh mal draußen bei der Halle und dann gehen wir wieder über die Gleise, ne? Mhm. Boah, hier ist noch ne Tasche, die wusste ich gar nicht mehr. Ich guck da weiter hin. Ein Alu-Splint. Perfekt. Und... ...was zu saufen. Toni, wir gehen weiter zur blauen Halle. Geht noch. Na, da kamen Querschläger irgendwo hinten rein. Okay, wer geht rein in die Halle? Äh, ist Martin. Ich schon. Ah, was frag ich überhaupt nicht. Wir können noch rein. Hä, ne, mach. Ich hab Raum 206. Ist das gut hier? Nee. Du musst gucken, das ist, glaube ich, hier ein Wohnblock-Ding. Raum 206 ist alles Dorms. Oh, gut, gut, gut. Gut. Ich bin durch hier. Ja, misst du wieder zu den Leisen. Hast du die Schließfächer da auch gemacht? Alles, alles, alles. Alles, alles. Achso, die Schließfächer nicht. Warte, ich bin immer reich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Dann warte mal kurz auf mich dann noch. Ja, ja. Wir hoffen. Leer. Ich schau mich hier hin, Tonina, und dann guck ich da. Ja, ich guck hier den Weg hier runter. Alles klar, wer kommt? Ich geh kommen. Komm, komm. Ja, ich guck hier runter. Ich lauf rüber. Da kommt Marien. Skeff. Ich geh ja oben. Skeff, ja. Geh recht. Ich geh am Skeff hoch. Ich bin oben am LKW. Geh zum Panzer. Geh zum zweiten Stash. Noch einer irgendwo? Sehe ich nicht. Ich bin oben am LKW. 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 Nimm die Kiste beim Panzer. Äh, beim LKW. Ja, ja, ja. Klar. ohne triton besser ich gucke ich gucke ja da bei den hallen rote halle nee diese diese garage meine ich sorry ok ich habe einen glaube ich hier bei mir gehört ja alles gut ja ja alles gut durch oh der hat mal Eifek mit gehabt der Skaff ey tony du bist wo? hinten an diesem Stalltraum ja ich komme zum Stallbeton ja dann war der Mann oder so mhm warte ich fass den nur einmal an nebenbei kann ich ja bestimmt ja der hat eine gute AK mit ne? nö das ist äh ja ah das stimmt mhm sonst nimmt tony die Mütze hab ich Skaff gehört? ich bin hier beim Durchbruch ich geh zum Durchbruch ja irgendwo da hinten habe ich einen bei den zweiten Eisenlings Skaff gehört mhm mach das mhm was für eine scheiß Weste alles rausgemacht? ich hab alles rausgemacht ich hab alles rausgemacht ok ich geh wieder beim Backsteinhaus und beim Durchbruch mhm mhm eh 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 am besten weiter links tony weil wenn ein Schuss von vorne kommt dann läuft er der Skaff ah sag mal warum fällt er nicht schlecht durch? du rottst die Moon aber auch weg ne? ist er tot? nee ja der ist hinten rumgelaufen der ist hier hinter warum krieg ich den nicht? hab ihn nee er kommt zurück er kommt zurück ich schau ihn mir kurz an kannst ihn looten wenn du willst aber das Messer nimm ich ja danke ich laufe zurück ey ich bin der Messer Hunter hier ich lad mal kurz ein Magazin um hm hm hey Martin gehst du da ran? hallo an wen? an den Typen? bin ich gerade ja kannst du das sehen oder was? äh ne ich hab ihn nur anfassen ich bin schon wieder fast voll du okay ich brauch nichts noch das mache ich sie keinen weg das schmeißt sie weg das hab ich eh für siehlt wo müssen wir überhaupt raus? oder gestrischen? ahja die Bunker wieder da ne? oder 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 gestrischen also ich hab ich bin fast schon wieder voll hier über den ganzen Kram hier ich muss nachladen naja wir haben ja noch 30 Minuten Nick wo bist du? bist du oben wieder noch beim Bruch oder was? ne im Busch vor euch auf der anderen Startseite jetzt läuft's dann mehr vorbei hast du alles klar ja gut hm hm bei der Ecke hier oben beim Bruch beim Bruch bei mir ist es gelb ja ich komm's hm da hinten ja ich seh ihn aber der Lofoy der läuft über die Brücke rüber wo seid ihr denn? ah der hat mich gesehen der hat mich gesehen der hat mich gesehen der hat mich gesehen der hat mich beim Bruch gesehen der schießt von der Brücke rüber aber der ist glaube ich doof ich kann's nicht sehen ich kann's nicht sehen ich kann's nicht sehen nee lass uns mal weiter gehen durch den kleinen Bruch durch oh dann los ach scheiße das sieht so offen fuck ich komm zu dem kleinen Bruch ich komm heute hinter dir schon lauf 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 er hat dich gesehen er hat mich gesehen er hat Fluren irgendwas ja links links läuft ein Scaf bei der Halle bei der kaputten Halle ich geh den links ich hab ihn 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 ok da hat er noch ich hab ihn ich hab ihn im Alois oh noch eine Ader lecker ich hab ihn Wenn ich weggehe, lass uns mal versuchen Tankstelle mal rauszugehen. Warst du dran mit Dirk schon? Mal durchsuchen? Ja, ich nehm die Magazin und die Ader mit. Und ich gucke was er noch hat. Die Hose-Tasche hat er nichts. Ok. Ich geh auch nochmal raus zu Zahn. Jo. Die Hose-Tasche hat nichts? Ne. Tactic Rig. Oh shit. Ok, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich hab mich hier links. Ok, geh weiter. Die ist mal anders langer. Ah ne, das war ja hier. Ich bin da. Mhm. Ich bin da. Ich guck nach hinten. Ok, ich komm zurück. Ja. Ok, ich bin da. Ich bin da. Ich mein, da liegt nichts mehr. Na ja, du doch. Mal die geradeaus. Wir gehen die geradeaus durch. Ja, ja, ja. Nicht aufs Blech. Mist. Nicht aufs Blech. Ding. W-2. Oh. Welter Tonium. Wo ist das andere? Runtenschlasse. Ja ja. Haben Sie aber auch. Schönes Ding. Die Frander. Ich guck hier die kaputte Ruine ab. Ich hole einen. Hier kommt einer. Bei der Mauer. Auf der Straschseite. Ja, ja, ja. Er läuft, er läuft noch. Das ist ein Zwerb. Freilich hab ich ihn getrunken. Kann ich ihn nicht sagen. Lauf mir doch nicht, weil ich fühle dich. Ich guck. Ah, hier steht er noch. Ist tot. Pack ihn kurz an. Ich höre noch einen. Auf Tunis Seite der Mauer. Ich geh vorne weiter. Wo ist der Bagger Loot? Ich bin vorne links vor dir, Martin. Okay, okay, ja, ja. Wir können hier rechts gleich lang gehen. Und der hat ne gute Dings mit gehabt ne Wisse oder so. Na. Wir gehen gleich da. Ich passe kurz was am Ende. So, Tuni war eher auf dem dran. Den hier lang. Achso, brauchen wir gleich wieder. Wo seid ihr? Hier oben noch beim kaputten Gebäude hier. Auf der anderen Seite der Mauer. Geradeaus bis zum Ende. Und da sind wir. Ja, alles klar. Dann rechts rum. Jo, sehe ich. Ich dachte da ist einer und beschiedslos ey. Aber ich hab noch einen Scaf gehört. Irgendwo eben gerade noch hier. Ich geh an meinem Stash. Mhm. Malin, guckst du hier den Durchgang wo du durchgekommen sind? Ja, Malin. Dann leg ich mich. Jetzt bin ich jetzt hier so. Ich hab noch einen Stash. Ja, ich hab noch�. Ich hab noch einen Stash. und bist du immer da? ja ich komm jetzt ja wenn du am hüten bist kannst du magazine und dann bin ich wieder nach oben alles klar und gib mir wieder auch gestern hier wenn es offen ist ja du wieder als gib mir raus dann läufst du denn durch und rechts rum und ich geh links ich kann rechts gucken sogar von hier über der Maul ah ok, na dann ja ich hoffe jetzt wir sind durch ich lauf zur Tanke und ich geh rein und rechts rum ok hier liegen sie auch tot ja sag mal an an oder bringt das nix doch anfassen bringt immer was wo liegen sie in der Mitte ich bin hinten beim LKW ich bin beim LKW hier ist aber zu bei der Tankstelle ja hier ist eine richtig gute Weste bei mir also taktische Weste also taktische Weste wo kannst du mitnehmen ja nimm mit hier bei dem hier also die hat richtig viel Platz die hab ich auch die hab ich auch die ist sehr groß für den einen war noch was zu trinken drin ich hab so viel Geld das kann ich mir auch kaufen so ich geh runter ich guck 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 dir doch ja ah man so gut wieder raus haha ich krieg das nicht mehr unter ich hatte eben schon Probleme der verkauft, der verkauft die Wappen ach egal ja wir brauchen gar keine Scafrunde mehr spielen erstmal hier mhm ey das sind unsere Scafrunden hier ja sowohl ich würd sagen ja wieder zum Stück Bier